FUSION! Tobi und Dennis sind sich hier am fusionieren, aber der Bennis, der Benni, der alte Slay Massif, ist natürlich auch am Start, hier bei 7 Ways to Die. Einem kleinen neuen Projekt mit super tollen Animationen, grandiosem Gameplay, aber das Gameplay ist wirklich geil, oder Freunde? Ja. Oh, ich hab einen Stein. Oh, ein Stein. Also es ist ein bisschen so ein Minecraft-Zombie-Mode mit sehr vielen Zwillingen. Ja, und... Genialen Animationen, weil ich ja so ein alter Fuchs bin, hab ich schon voll den Stampf so. Tritt dich mal um, Tobi, guck mal nach unten. Tobi, guck mal nach unten. Warte, Tobi, du musst das geiler machen. Tobi, nicht traurig sein. Tobi, guck mich mal an, Tobi, du musst das geiler machen. So... Mach doch mal nach oben, geh doch mal nach oben, bitte. Warte. Warte, mach du mal. Wuh, wuh, wuh. Oh, meine Maus sieht man gerade, komischerweise. Wuh, ich bin ganz nach oben. Meine Maus ist gerade ein Bild, wie doof ist das denn? Na, das ist ja super hier. Ach, jetzt ist sie weg. Komm, Tobi hat gescheit vor uns. Also man sieht, das Spiel ist noch Early Access, das bedeutet, das ist eine frühe Beta. Und ich muss jetzt erstmal den Tobi, glaub ich, prüfen mal, wie kann ich dir eigentlich eine Waffe werfen, Tobi? Willst du eine Schrot? So ein Messer wär auch schon eine... Komm, hier. Schrot. Liegt jetzt da, bitte. Ja, geil. Cool, danke. Ja, gerne doch. Ich hätte dir das in ein G. Also ich hatte ja... Was hast du da in der Hand, Alter? So einen Zettel oder so? Nee, das ist, glaub ich, Knochenmark oder sowas. Ach. Oder Klamotten sind das. Klamotten oder Knochenmark, alles klar. So, fängt schon gut an. Aber wie gesagt, das Spiel... Oh, warte mal, bloß noch kurz... Bevor wir rausgehen zu den Zombies, noch kurz Setup... Tobi, mach mit. Oh, geil. Das sind die zwei Zwillinge, Tobi und Dennis. Tobi, komm mal her. Ja, und wer sich fragt, wo der Gronk sind, während die beiden hier knutschen und sich verprügeln und der Rumpel und so, die sind am Schlafen, weil wir haben heute irgendwie gedacht, komm, wir machen noch schnell so eine Session. Aber die machen bestimmt auch mit, wenn die erfahren, wie geil das Spiel ist. Aber, ja, um mal ganz klar zu sagen, wir wissen ja noch nicht genau, wie lange wir dieses Spiel zocken werden. Man sieht die Animationen und alles noch nicht so ausgereift. Ich möchte mal ganz kurz so was sagen. Sarazat, rede ich mal kurz um. Ja, Schnucki. Guck mal, der Sarazat, so einen steifen Schwanz. Warte, ich kann mal meinen Charakter zeigen. Warte mal, mit F5. Ich bin nämlich eine Frau als Charakter. Oh, guck mal hin. Oh, aber wenigstens haben wir da mal unterschiedliche. Weil es gibt nur zwei Charakter-Modelle. So ein leerer Croffer-Schnitt. Warte, ich schieb euch mal meinen Zopf hoch rein. Guck mal, drei Wettertafter. Alter, ey, so viel Haarspray kann man gar nicht in die Haare packen. So, wo geht's denn hier raus wieder aus der guten Stube? Wir wollen den Benni suchen, wollte ich grad sagen. Ja, Benni, wo bist du, du alter Haudegen? Ich bin immer noch in den Keller gefangen. Also für alle, die sich fragen, wo ich hier stecke. Ist im Keller gefangen. Ich weiß auch nicht genau, wo ich bin. Oh, hier ist Sonnenlicht. Endlich mal Sonnenlicht. Also das Spiel ist nicht nur so mean. Aber es hat halt sehr viel von Minecraft, ne? Kann man wirklich so sagen. Mit ein bisschen Zombie-Effekten. Aber jetzt müssen wir unseren Freund Benni finden. Was macht der da unten? Der Tobi und ich nehm grad die Tür hier auseinander. Leute, wir müssen unseren Freund finden. Wir bauen hier fleißig eine Höhe. Warte, hör mal Tobi. Ich hab gerade den ganzen Stuff von dir geklaut. Ach cool, dann bist du ja auch voll ausgerüst. Hab ich nämlich auch gemacht. Hab allen Leuten hier voll den Stuff gezockt. Aus dieser Kiste. Aber da war leider keine Hacke dabei. Ey, wir haben noch keine Ahnung. Werden die beiden. Lass die zwei nie alleine in Höhle. Dennis und Tobi. Tobi, warte mal ganz kurz. Der Typ ist auf uns. Guck mal Tobi, spring mal, spring mal. Mein Schatz! Ach, seid ihr? Komm Gollum. Da unten sind Zombies. Jetzt lass mal unseren Kumpan Benni finden. Guck mal, seht ihr mich? Hier drüben. Guck mal, die Animation ist auch sehr geil, wenn ich mich hier drehe. Ja, so. Bro. Heyo Bitch! Tobi, duck dich mal und guck mal nach unten. Ja, der Sarraza müsste das mal mit seinem Zopf machen. Mach mal Sarraza. Guck mal, duck dich mal und guck mal nach unten. Guck mal nach unten. Guck mal nach unten. Ich schieß mal auf die Taumel. Und jetzt guck mal nach unten. Jetzt guck mal nach unten, wenn du gebückt bist. Oh, geht nicht. Ah, warte. Ich bin ja grad wieder im Third Person. Okay. Guck mal. Guck mal. Sein Schwanz. Sein fernes Schwanz. Alter, du hast einen Stock im Bein, Alter. Sei mal ruhig. Was hast du da für einen Stock? Keine Ahnung. Das ist der Tobi. Der Tobi hat so ein Stöckchen. Ihr seht einfach gleich aus. Ah, hier können wir harvisten den Kram, oder was? Dennis, wer bist du denn von beiden? Alter, wir können hier richtig Erde sammeln. Alles. Das ist richtig Survival. So, und was machen wir jetzt mit dem Benni? Das ist auf jeden Fall richtig Survival Erde zu sammeln. Würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich gerade am verricken wäre. Soll ich einfach mal... Ach, kann man springen? Ich hab einen Stein. Man kann mit Leertasse springen einfach. Hier Tobi, guck mal. Also, ihr seht, wir haben keine Ahnung. Wir hatten das Spiel, hatte ich es schon mal im Auge, als es gerade rausgekommen war. Und mittlerweile gibt es ja auch einige Patches, so am Start, die jetzt rausgekommen sind. Ah, ich kann Steine. Guck mal hier. Kurs darauf. Warte mal. Warte mal. Warte, ich hab ein Geschenk für dich. Ja, süß. Wie gebe ich dir das denn? Kann ich das irgendwie geben? Tobi, warum hast du Gras in der Hand? Oh, komm, lass mal ihn durchziehen. Was? Ja, das kann man im Inventar theoretisch jetzt reinziehen. Ich hab auch Federn ohne Ende und Dosen. Ich hab schon voll den Stuff, Freunde, ey. Was geht hier ab? Destroyed Stone. Hier, guck mal, sieben. Und vielleicht kann ich den jetzt hier hinsetzen. Bei allem schön mit der Faust auf Eis. Alter, wie geil. Guck mal, ich hab den Stein jetzt hier hingesetzt. Und jetzt kann ich hier noch einen hinsetzen. Guckt euch das mal an. Wir haben hier einen Safe gefunden. Oh, da hinten ist der Benni. Ich hab's geschafft. Benni. Wo ist er? Benni. Sieht der auch so aus wie... Alter, die Drillinge. Sarraza und die Drillinge. Für Sarrazas Bild. Komm, wir stellen uns mal nebeneinander. Ja, komm. Dann gucken wir alle nach unten. Komm mal her, Benni. Seht der eigentlich echt alle genau gleich aus? Tobi, bleib mal stehen. Ihr könnt noch ein bisschen zumindest die Jacke wechseln. Wird Zeit, ey. Jetzt muss der Benni noch zum Tobi darüber. Warte, Tobi. Warte. So. Oh, schöne Fackel. Benni, du musst nimm den Tobi. Okay. So. Und jetzt alle drei nach unten gucken. Auf drei ganz langsam nach unten gucken. Eins. Warte, ich geb das Kommando. Dann wisst ihr alle Bescheid. Dann wisst ihr alle. Eins. Zwei. Ganz langsam. Drei. Oh Gott. Oh Gott. Okay, was machen wir jetzt? Ich glaub, der SCC wird Nahrung und Wasser beschaffen, oder? Sollen wir mal in diese eine Stadt gehen da vorne? Ja, ich bin auch dafür, dass wir... Ich zeig mal die Map, Leute. Ja. Das Spiel ist übrigens Early Access und könnt ihr euch bei Steam für 27,99 kaufen. Early Access für 27,99. Ja. Ist aber wahr. Also, ob ich's wirklich bezahlen würde... Ja, du hast's ja geklaut aus dem Laden. Ich glaub, ich bin bei Steam eingebrochen. Bei Gabe. Guck mal hier, ich kann Steine. Nee, wir haben's tatsächlich gekauft, weil wir einfach mal was ausprobieren wollen. Bei ZayZ war's wieder dunkel, ja? Da haben wir gedacht, doch komm, nee. Bis wir uns da gefunden haben, sind wir da 20 Jahre alt. Okay, komm, wir auch noch zur Stadt. Aber irgendwann werden wir das noch spielen. 100 pro, wenn das Spiel fertig ist. Was hast du denn gerade? Und hier, Seven Days to Die, wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange wir das zocken. Mal sehen. Komm mal mit, komm mal mit. Aber es hat eine Menge Potenzial. Oder erzähl doch mal, Tobi, was für ein Potenzial hat das Spiel denn so? Ja, es sieht auf jeden Fall nicht so toll aus, aber es könnte wirklich Spaß machen, auf jeden Fall. Hast du was verloren? Ich hab gerade einen Schluck Cola getrunken. Ich bin gerade mal eine Maus im Kopf. Guck mal, warte mal. Geh mal noch nicht vorbei. Moment, Moment. Huch. Ich hab Sarah Zarschchama. Ey, wie sieht denn die Animation aus? Mein Charakter ist nicht so behindert wie eure einfach. Du hast voll mutilierten Bauch, Alter. Übel sexy hier. Aber du schwebst auch nur so über den Boden. Na, oh. Ey. Fass mir nicht. Warte, der Waller hat die Tage. Moment, seht ihr? Guck mal, sein Gesichtsausdruck, Alter. Voll pure Emotionen, ey. Die Animation sind weiß Gott nicht so das Beste im Spiel. Okay, wir gehen mal weiter. Ey, bevor wir verhungern, sollten wir schnell mal zum nächsten Dorf kommen. Ja, wir laufen jetzt mal zur Stadt. Aber es ist nicht so gnadenlos wie viele andere Spiele, ne? Oh Gott. Pamm. Erwischt den Penner. Leider nicht dabei ist bei der Zombie. Der Spielen Zombie. Ehrlich wieder heute? Ehrlich. Was ich super geil finde, wenn man die Option bedienen will, dann muss man echt... Ausloggen. Aus dem Spiel. Das ist mir auch ein Rätsel. So, ich lauf... Oh, hier eine Ruine. Sehr mysteriös. Oh nein. Was gibt's denn bloß hier? Das sieht die nach der Werbung. Nein. Was denn hier? Nächste Folge. Warum hab ich den Tobi die ganze Zeit... Phänomenal. Also es ist noch ein bisschen buggy, ne? Aber es kommen diverse Patches raus. Also vor einem Monat oder anderthalb, als es gerade rausgekommen ist, war das Spiel quasi noch sehr unspielbar. Jetzt ist es noch ein bisschen besser. Ich hatte das mir schon mal ganz vor kurzem angeschaut. Darfst du denn zu Contagion nochmal was sagen? Ja, Contagion. Was soll ich dazu sagen, ne? Das Spiel ist super lustig, muss aber auch noch fertiggestellt werden. Und vielleicht kann man das im halben Jahr mal zocken. Aber es war super. Die Folgen, die wir da gezockt haben, also zieht's euch rein. Vor allem die Folge 2. Das war einer meiner größten Gaming-Lachflashes ever. Es war ein Hammer. Ich spiele gerne Mädchen. Ich hab den Drang dazu. Ja, seitdem hab ich auch gedacht, man, spielst du mal im heimlichen Charakter. Was ist das denn hier? Warte mal. Guck mal, da vorne links ist ein riesiger Tower. Oh, ich hab was gefunden. Das ist der übelste Lara Croft-Verschnitt. Ich hab Papier gefunden und ein leeres Glas. Oh, ich hänge fest. Nein, Dennis. Du willst wieder Müll. Du müsstest mal gucken hier. Nee, dann liegt hier irgendwo Joko noch in der Nähe. Ich bin ja flach. Ey, wir nähern uns der Stadt. Ja. Die Welt scheint nicht so klein zu sein. Wenn man mal... Man kann ja auch raussuchen. Da hinten ist auch mega die riesige Burg, ne? Habt ihr die gesehen? Ganz da hinten, wo ich gerade hingucke. Ja, da hinten ist gut, Tobi. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall fundieren, ihr kleinen Schlümpfe. So. Benni, alles gut? Alles gut da vorne? Ja. Also Leute, ich kann euch nicht unterscheiden. Das ist eine Katastrophe. Es wird dunkel. Oh, ja. Warte mal, ich hab schon wieder rücken. Das bedeutet, die Zombies... Ich hab rücken. Es wird dunkel. Komm, Herschel, du schaffst das. Es ist wirklich... Dobi, dreh dich mal so zurück wie gerade eben. Äh, wie denn? Es ist so ganz schnell... Oh mein Gott! Hänge auf! Oh Gott! Tobi, mach mal so. Guck mal, Tobi, mach mal so. Tobi, mach mal so. Tobi, mach mal so. Ganz schnell. Hier. Okay, welche Richtung müssen wir? Hier. Hä? Aber ich find's lustig, man muss ja auch mal ein Spiel ein bisschen auf die Schippe nehmen, ne? Man darf das ja alles nicht... Guck mal, wie Walle sein Arsch. Oh. Könnt ihr nur auf meinem Channel sehen? Nein, auf meinem Arsch. Ich bin grad third person. Ah Walle, ey, du dreckst Sack. Hab ich gerade extra gemacht, so. Ey, hier sind Steine. Wir müssen auch sammeln, Freunde, ne? Denk mal. Aber umso dunkler es wird, umso schlechter für uns... Ja, ich hab grad im Müll, der Flaschenkalle hat grad im Müll was gefunden. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ich werfe hier grad Steine hin. Krass. Äh, wir kriegen Gesellschaft, Freunde. Ich hab schon wieder so'n komisches Teil. Benni, du hast Waffen, ne? Ich hab Waffen, ja. Super. Bubi, mach mal die Fackel an, Alter. Äh, warte, hier. Oh, ich hab keine Munition mehr an. Was sind denn Zombies? Ey, es wird verdammt dunkel grade, ne? Wo ist denn die Karte? Ich check... Aua, ich wollte... Was? Hinterher. Server is coming down for restart. Disconnection save your inventory. Oh. Oh. Wer ist das? Leer Sarazza. Das ist ein Zombie? Oh. Ah. Oh, ich muss mich grade hier so'n... Bubi, äh... Ey, wir müssen raus aus dem Server, Freunde. Warum? Ja, weil der restarten will, den Server. Oh nein. Er ist natürlich toll jetzt hier. Wir versuchen noch zu starten. Ne, wir müssen, sonst savent er unser Inventory nicht. Ja, bei mir ist sowieso nicht zu saven, Alter. Bei mir voll viel. Weil du die Truhe ausgeräumt hast. Ja, der ist voll deprimierend. Hab ich mich voll drüber gefreut. Der Typ hat sich für die Höhle gebaut, dann kommt der Sarazza und klaut die ganzen Sachen. Genauso wie ich. Genauso wie er bin. Weißt du, er saß wahrscheinlich tagelang daran, sich alles zu beschaffen. Alter, tut man so'n Staff auch in die Kiste. Wer macht denn sowas? Hilfe. Verrät er mich eiskalt so. Würde ich nie machen. Oh, meine... Hä? Ich hab Ladähemmung. Wie... Ne, wie lade ich's nach? Wir sind hier grad übrigens bei ne Gangbang hier. Oh. Oh. Alter, komm. Ach du Scheiße. Ich bin tot ja. Oh nein. Ich hab voll viele Sachen vom Tobi aufgehoben. Alter, lass das ja liegen. Oh oh. Oh oh. Oh oh, Freunde, ich glaub wir sollten schnell weiterziehen. Es ist nicht mehr weit bis zur nächsten Stadt. Oh. Wenn da nicht tausende Zombies sind. Okay, wir müssen jetzt glaub ich gleich runter vom Server. Oh Gott, ich bin auch gleich tot. Kommt schnell weiter. Die Stadt sieht super einladend aus. Gerade nochmal gut gegangen. Ich bin in der Stadt. Schafft ihr das bis dahin? Ja, Scrap Metal. Jaja, klar. Wow, hier ist ein Loch. Einfach mal so ein Loch im Boden. Riesiges. Ich renne jetzt einfach. Boah, ey, da rennt hier grad ein dicker Zombie hinterher, Alter. Mir? Oh Gott. Nee, ich glaub dem Benni. Oh, mir auch. Hilfe. Fuck. Und meine Ausdauer schwindet dahin. Ich weiß nicht, wie ich nachlade. Und hier greifen mich irgendwelche Insekten an. Ohne Scheiß, ich bin tot. Und ich hab alles verloren, was ich hatte. Schnell. Nee, nee, du behältst das. Du behältst das. Nee, ich hab's auch nicht behalten. Ja, weil ich's aufgesammelt hab, Tobi. Kann's dir gleich wiedergeben. Also zumindest das, was man unten in der Leiste hat behält. Alter Schwede. Ich würde grad mal den Kollegen Bratwurst hier. Ich starte jetzt hier wieder an diesem blöden Bach. Ist ja wohl ein Scherz. Ja. Ich auch. Ach du Heiliger. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich deprimierend, wenn du stirbst. Alter. Man droppt wirklich alles. Das ist ja heftig. Alter, was? Oh nein, jetzt sind alle unsere tollen Sachen weg. Alles verloren. Ich hab alles eingesammelt. Ach schön, Bennis. 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 Der dicke Zombie hat mich umgebracht. Tobi, ey. Zweiter Charakter, oder was? Also der Benni heißt natürlich Benni, aber der Dennis ist ja auch am Starten, deswegen nenn ich die gerne Bennis manchmal zwischendurch. Bei mir ist der Serveraufgang, Leute. Oh ja, bei mir gerade auch. Oh ja, bei mir auch. Oh nein. Ja, das war die erste Folge. Oh Mann. Nee, komm, wir verbinden jetzt noch mit dem Server. Ja, verbinden mit dem Server. Komm, wir können das ja mal zeigen so gerade. Normal passiert das ja nie normal machen. Wir haben ja äußerst professionelle Let's Plays, aber jetzt in diesem Fall halt nicht. Assi-Let's-Play heute. So, ich seh da schon. 24-7-teamspeak gc-clan.com für die machen wir heute mal werben. Was ist denn die Arme? Wollen wir nicht mal einen Server mit mehr Leuten nehmen? Das sind nur 20 Leute, das ist ja eh alles leer. Hier die Hütte. Na gut, ne? Mehr Leute, weniger loot für uns. Na gut. Oder weniger, mehr Boxen, weil mehr Höhlen. Ach ja. Das ist halt so. Dann lasst uns doch einfach den Switzerland Reggae nehmen. Ich nehm den ganz oben hier. Einfach mal in der Gaming. 24-7-teamspeak gc-clan. Ein A60 Public Server, yo. Yo, ich geh drauf, ey! So, waiting for server? Ja, warte ich auch grad noch drauf. Ja, wartest du da drauf, Sarazza. Bis es serviert wird. Warte, ich trinke mal in der Zeit mal einen Schluck von meinem Kaltgetränk. Ich trinke einen Schluck von meinem Granini-Saft. Was? Saftig und fein Multivitaminsaft. Ah, keine Schleichwerbung hier, wenn ich gerade Coca-Cola trinke, bitte. Granini. Oder soll ich das jetzt nicht sagen? Nö, kannst du ruhig sagen. Also mir ist das egal. Muss man nur ernsthaft aufpassen, wenn man so einen Livestream macht oder... Also ich weiß ja, das wird hier nicht als TV-Show gewertet. Doch. Oben steht dauerndsinnung. Ich hatte so geile Sachen, ich war so gut drauf. Ey, du bist dein Kleid, Benni. Ich schreck mich auf. Wo seid ihr denn hier? Er hätte mal eure Jacken wechseln können in der Zeit. Benozer-Ross-Anhänger. Guck mal, der Sarazza dreht durch. Der Sarazza dreht durch. Ich raste aus, Alter. Ey! Er dreht durch. Ja, ja, ja. Wieso hängt mir in der Luft bei mir? Ja, ja, ja. Ihr hängt bei mir alle so ein bisschen... Was ist mit dem Benni? Benni, bist du am Start? Ich bin auch noch da, ja. Wo bist du? Irgendwie Probleme, ne? Aber alles ist weg. Bei mir läuft alles gut. Ihr leckt nur ein bisschen, ja? Ja. Die Nummer leckt. Dabei ist da alles weg, ne? Das ist eine super erste Folge. Alles weg. Wo wir so schön nach fünf Minuten direkt alles gefunden hatten, was man finden kann. Und du hast eine ganz kurze kleine Vorgeschichte. Der Sarazza ist in der Höhle gegangen. Da war ein Spieler, der hat sich alles freigeschaufelt. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Dann ist der Sarazza in die Box gegangen von dem. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Komm her. Und hat ihn einfach die Sachen geklaut. Ach guck mal, der Gron. Ich wusste gar nicht, dass das so eine Box ist. Ich habe einfach gedacht, das wäre für alle. Der Gron hier. Also ehrlich jetzt. Falls du das siehst, Alter. Ja, den Dicken immer ein bisschen zurückgehen. Zurückgehen. Schlagen und zurückgehen. Dann trifft er euch nicht. Boah, wie so eine Blutkacke, ne? Von jeder Seite auf den, Alter. Alter. Den Dicken machen wir platt. Oh, guck mal hinten deine Arschpacken. Boah. Geil. Alter, der kann sich gar nicht entscheiden, wenn wir alle draufschlagen. Mann. Das ist wie Rusch. Oh, oh. Boah, was hält der Bursche aus? Alter. So ist es übrigens bei A, man. Ja, man. Ja, ich bin zu schlecht gewesen im Looten. Ah, ich habe die ganzen Sachen geklaut. Scheiße, ich nicht. Ey. Okay, all auf Dennis. Der Dennis war zu schnell. All auf Dennis. Zum Glück ist der Gron nicht dabei, sonst hätten wir schon gar nichts mehr. Wer ist dabei? Der Looter King, der Gron. Ach so, der Gron, der sammelt ja alles, ne? Aber der macht vielleicht auch noch mit. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel... Also ich glaube, wir machen erstmal ein paar Folgen. Mal sehen. So, warte mal. Sieht ziemlich geil aus. Ihr müsst in die Richtung, Leute. In die Richtung. Hier, folgt mir. Alter, das sieht aus wie so ein Schachspiel oder so. Das leckt übel. Ja, das sieht so blöd aus. Also ich glaube, der Server ist auch nix. War schon mal super zum zeigen, diese erste, erste Folge vom Let's Play. Seven Ways to Die. Mal gucken, ob wir länger als sieben Tage überhaupt noch Folgen machen. Ich glaube, wir müssen auf den Kopf gehen. Ja, Kopf. Da tut mir so leid, Alter. Oh, wer ist der erste, wer ist der erste? Ich hab ein Messer, ich hab ein Messer. Ich hab gar nichts, scheiße. Ja, Mann, ich war wieder zu langsam. Ich auch. Ach, du guck mal. Alter, wie die Manni-Charaktere so nen Buckel hinten haben, ne? Ey, was ist hier, Gold? Ne. Was? Was ist das? Was, Gold? Ein Brett. Ich hatte ein Brett zerschlagen. Aber man kann ja echt alles zerstören. Also es ist sau geil. Hast du wieder ein Brett vorm Kopf? Ja. Pam, pam. Pam, padam. Also das ist schon nice. Wie blöd das aussieht. Warte, ich bete mal ganz kurz. Guck mal, Tobi. Oh mein Gott, das ist einfach dumm. Sorry. Voll, voll. Voll das Trash-Game im Moment. Einfach so. Hier, warte, guck mal. Das ist doch geil. Oh. Huh? Aber riesiges Potenzial. Jetzt hast du das, Alter. Ey, warte mal, Tobi. Warte mal. Ey, Tobi. Guck mal kurz. Stell dich noch mal hier hin über mich. Sag das, du auch mal. Warte, ich baue dich zu. Wie der Tobi mir die Hand nicht zur Munition hinhält, Alter. Wie will der das aussieht? Hier, nimm mein Kleiner. Aber man kann hier wirklich bauen, Leute. Sollen wir eine Hütte bauen mal irgendwie? Ne, lass mal, lass mal wieder zurück in diese Stadt gehen kurz noch. Die wollten wir noch zeigen. Komm, das machen wir noch. Komm, der Saraz hat ein Geschenk für uns hier. Ja, einen Haufen Schutt. Schutt. Bei der Stadt des Links. Ey, ich bin voll traurig. Ne, geradeaus. Genau geradeaus über diesen Hügel da. Ich bin voll traurig, Freunde, dass einfach alles weg ist. Ja, ich auch, ey. Wir hatten schon coole Sachen. Ja, wir hatten voll die geilen Sachen. Also für den Anfang voll unverdient. Aber wir hatten sie. Voll den geilen Einstieg ins Let's Play. Für die Pros. Ey, was kriegt man denn für so ein Gebüsch? Ja? Ah. So einen Stick kriegst du da. Ah, kriegst du den Holzstab. Krass. Alles klar. Geil. Was hast du denn hier? Alter, kann man ja richtig zimmern. Ihr schwebt voll wieder durchs Bild gerade. Aber ich hab schon Holzstab dabei. Oh, hier hat wer gehavestet. Das sieht man eindeutig. Das war ein Spieler. Boah, die Stadt ist auf jeden Fall super einladend. Ja, die ist richtig schön, sag ich doch. Und da haben mich eben so Moskitos angegriffen auch noch, Alter. So, der Benni hat mich ein bisschen an Fallout gerade. Ja? Ja, extrem an Fallout. Nur mit leckenden Menschen. Ja. Die alle gleich aussehen. Und ganz ehrlich. Aber wie heißt der Ort denn hier? Aber das Potenzial ist halt echt riesig. Man kann sich hier echt alles abharvesten. Man kann sich hier Hütten bauen. Man kann sich hier durchschlagen und es gibt auch noch Story-Emissionen. Oh, guck mal hier Leute. Ey Leute, hier. Gibt's ein Loch? Oh. Aber noch ist halt sehr unfertig alles. Fensterscheibe. Ich hab irgendwie das Gefühl, hier war schon jemand. Hm. Hier ist nämlich alles leer. Warte mal, hier ist ein Müllsack. Die Müllsäcke müsst ihr mal durchgucken. Ist kein Scheiß. Aber die sind alle leer. Ja. Alles leer. Hier ist ein Tresor. Oh. Oh, ist auch leer. Hier war schon jemand Leute. Oh, guck mal hier geht's runter. Oh, cool. Ich bin gerade hier mit Tobi in so einer Hütte. Alter, das sieht gut zerbombend aus, der Laden. Aber ist alles leer. Hier war schon jemand. Oh nein. Das ist ja doof. Jetzt werden wir verhungern. Oder den Server wechseln. In der nächsten Folge, liebe Freunde, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und sehen uns dann wieder. Ja. Tschüss. Tschüss. Müllsack, Müllsack. Nix drin.